hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von genus solo splice and dice die erweiterung zu too many boasts ist endlich bei mir eingetroffen ich bin schon ganz aufgeregt was wir alles hier in dieser box drin haben und was alles noch zusätzlich für features mit splice and dice mitgeliefert worden sind das erfahrt ihr in diesem video und da wünsche ich viel spaß dabei willkommen liebe freunde von too many boasts es ist endlich soweit ich habe es bei mir auf dem tisch bei mir etwas länger gedauert der ein oder andere hat es bereits seit wochen bei sich zu hause hat es wahrscheinlich auch schon ausprobiert und findet es ganz toll ich bin noch gespannt weil ich werde jetzt erst die boxen mit euch zusammen öffnen wir haben diverse sachen hier dazu bekommen wir haben einen neuen geolog wir haben noch einen neuen geolog funktioniert aber ein bisschen anders wir haben ein upgrade kit das gucken wir uns auch an was hier dabei ist und natürlich die erweiterung splice and dice selber zu splice and dice werde ich euch dann beim öffnen der box schon die ein oder andere informationen geben was hier alles drin ist denn diese man muss schon sagen kleine schachtel hat wahnsinnig viel inhalt auch vom material und auch vom spielerischen her aber das werden wir dann sehen ich würde sagen wir gucken uns jetzt mal die box durch wir arbeiten uns da von den boxen her von klein nach groß durch und am ende gucken wir uns natürlich hier alles an was hier drin ist und natürlich die aussicht kann ich euch schon geben es wird natürlich diverse tutorials wieder geben wir haben ja neue geologs die wir behandeln wollen es gibt neue fähigkeiten die ich auch euch vorstellen werde und natürlich auch die neuen spiel modis die hier mit splice and dice dazukommen werde ich euch natürlich dann in späteren videoserien noch vorstellen ok das soll es aber dann auch mit der vorrede gewesen sein gucken wir uns die erste box an fangen wir zuerst mit dieser relativ unscheinbaren box an das ist ein upgrade kit das konnte man sich beim kickstarter damit dazuholen betrifft er die spieler die eine ältere version haben von too many bones weil hier sind alle komponenten noch mal überarbeitet und in neuer version vielleicht ein paar optische verbesserungen reingebracht so dass man alles auf dem neuesten stand hat ist nicht zwingend notwendig die meisten sachen findet man als pdf auf deren website von ships view games aber ich habe es mir trotzdem weil hier bezahlt man tatsächlich nur den wirklichen herstellungspreis ich weiß gar nicht es waren fünf oder zehn dollar also es war nicht allzu viel was erzieht dieses upgrade kit gekostet hat deswegen habe ich es mir mit dazu geholt und dann schauen wir doch mal rein gut gefüllt und also mehr drin als nur irgendwas was mit pdf zu tun hat scheinen also auch überarbeitete karten eine rolle zu spielen und anleitung jetzt ist die box leer ok gucken wir erstmal dass wir haben die neuen überarbeiten regelbücher und zum basis spiel von too many bones und natürlich zu andere das ist schon mal cool dann haben wir hier überarbeitete sheets gucken wir mal kurz rein und da gehen wir mal durch ich weiß jetzt nicht wo tatsächlich die änderungen sind so genau habe ich es jetzt nicht verglichen am besten ihr nehmt das neue material wenn ihr es dazu bekommen hat und tut das alte irgendwo separieren wir haben die fähigkeiten wir haben die age of tyranny wir haben boomer wir haben gilly nacket patches picket tantrum tink dann haben wir hier lockt adventure als normale anleitung und natürlich da noch die charaktere also es wurden alle charaktere noch mal überarbeiten dann haben wir das ganze ja noch mal mit dem adventure ok muss man dann mal sehen was dann wirklich up to date ist was dann das aktuelle ist und dann haben wir hier diverse karten loot karten was auch immer die überarbeitet sind auch hier muss man sich die alten versionen wahrscheinlich raussuchen und diese damit ersetzen ich lasse die packs dazu da gibt es nicht wirklich neuen content dazu was mich ein bisschen irritiert hat ist dieses package weil auch das war extra noch mit drin das war also nicht in dieser dunklen schachtel drin sondern direkt so auch hier sind ein paar karten drin und hier steht drauf dass wir den sheet von tantrum der hier drin ist ignorieren sollen war ja wahrscheinlich wieder eine fehldruck oder irgendwas dabei ist ich bin etwas irritiert da hier erneut die georlogs dabei sind aber nicht alle wir haben hier tendern den sollen wir zur seite legen da ist wieder irgendwas schief gelaufen dann haben wir boomer gilly nacket patches und dass da also nicht alle georlogs die frage ist jetzt welches soll ich jetzt nehmen die aus der braunen schachtel oder die jetzt hier mit der folie drin werden sich da schon damit beschäftigt hat einfach mal rein in die kommentare würde mir das suchen wahrscheinlich dann erleichtern welche sachen ich auf alle fälle dann in der aktuelleren version nehmen soll ok das soll es aber schon mit den upgrades gewesen sein kommen wir zu datt wir haben einen neuen georlog und wir sehen er sitzt auf einen begleiter und auch dieser begleiter wird eine wichtige rolle spielen zu datt werde ich natürlich und das versuche ich jetzt auch so schnell wie möglich zu machen euch wieder einen georlog überblick zu verschaffen wie ich es bei den anderen georlogs gemacht habe damit wir da schnell loslegen können der hat eine sehr besondere mechanik werden wir uns gleich ansehen wenn wir mal kurz ein blick auf seine matte legen oder versuche ich jetzt erstmal hier in diese box hinein zu kommen schwerer als gedacht wir haben natürlich hohe farbe ist schön schönes helles grün sehr leuchtend mit natürlich vielen vielen fähigkeiten würfeln die wir dann anwenden können wir haben natürlich für sein mount oder für seinen begleiter ein entsprechende farbe finde ich richtig toll und natürlich date selber und natürlich mit den stern auf der in need plus one und auch hier seine status würfel dazu aber wie gesagt dann im tutorial zu da gehe ich natürlich dann näher darauf ein was die ganzen fähigkeiten dann können und dann haben wir hier die matte von daten der ein oder andere wird jetzt schon sagen hat hier ist irgendetwas nicht korrekt denn in die status sachen sind hier auf der seite eigentlich nicht wirklich die sind nämlich auf dieser seite wie bei jedem anderen georlog auf aber warum ist denn das ganze zweiseitig dort hat eine sehr coole neue mechanik denn er wird gefährlich aufgrund seiner eigenart die er hat kann ja diesen status erreichen und dann wird die matte mit all den würfeln die eingeloggt sind umgedreht im bestfall fallen die würfel dann auch nicht raus das werden wir dann im tutorial auf alle fälle ausprobieren ob das funktioniert und dann kommen die gegenseite der würfel hier zum vorschein und dann hat dort als gefährlicher dort ein paar andere möglichkeiten und features was meistens in kombination mit seinem reittier zu tun hat und das ist eine neue neue coole sache da bin ich sehr sehr gespannt drauf ok aber wie gesagt kommen wir dann im nächsten tutorial darauf zu sprechen und da haben wir natürlich auch noch die referenz sheets es sind diesmal sogar zwei ein ganz normaler mit seinen fähigkeiten würfeln die fähigkeiten beschrieben ein bisschen text zu den einzelnen fähigkeiten für ihn näht und die netbus born und natürlich für den back-up lang aber es gab noch einen zweiten kleineren sheet der in diese geschichte mit der umgedrehten georlog matte auf alle fälle noch erläutert auch noch mal an einem beispiel festhält also das wird eine coole sache da bin ich sehr gespannt und wenn ich den nächsten playthrough mache vielleicht mit den neuen komponenten zu splice und dice wird dort auf alle fälle eine rolle spielt damit wir ihn auch mal in aktion sehen ok aber mehr ist hier auch nicht drin gucken wir schon mal zur nächsten box wir haben hier die lab rats ihr seht es sind vier georlogs es sind helfer von nobulus gewesen sie wollen nicht mehr weiter für ihn arbeiten sie haben die nase voll von den arbeitsbedingungen das werden wir nachher auch bei splice und dice sehen was damit tatsächlich gemeint ist ein kleiner background dazu und wir haben hier bei den lab rats eine art neuen georlog aber diese lab rats sind vier charaktere und sie sind eine art jahr halber oder viertel georlog und man wird sich die sache über das spiel hinweg zusammenstellen auch über die innate plus one fähigkeit auch das werde ich in einem separaten tutorial euch natürlich da noch vorstellen noch gucken wir am besten mal rein dann kann man das vielleicht etwas plastischer darstellen die box etwas dicker als die von dort gehe ich also von außen etwas mehr drin ist und was ist es auch wir haben hier kleine dialog matten aber die sind tatsächlich klein gucken wir uns gleich an wir haben natürlich referenz schütz auch die öfter gleich diverse chips okay und diverse fähigkeiten würfeln in verschiedenen farben für jeden dieser labor ratten einen eigenständigen dann scheint es hier noch irgendwelche zusätzlichen counter dice oder keine ahnung was es da noch gibt okay gucken wir uns auch damit ist die box auch schon leer als erstes haben wir natürlich wieder einen referenz schütz für die lab rats gleich kombiniert alle würfel erklärt alle fähigkeiten erklärt auf der rückseite natürlich auch wieder die einzelnen speziellen sachen mit umfangreichen text und auch diese innate fähigkeit wir sehen wir haben hier keinen backup plan dabei das ist nämlich auf separaten karten mitgeliefert worden auch hier wieder plastik also kein papier für die einzelnen lab rats habt ihr hier den backup plan wir haben wir den eigentlich dabei wir haben helix haben slang wir haben flan und wir haben über okay und das sind halt je nachdem mit welchen lab rat man in die schlacht zieht die entsprechenden backup pläne dann haben wir für jeden dieser labor ratten noch einen chip dazu um den auch natürlich dann entsprechend auf dem schlachtfeld platzieren zu können und dann haben wir noch fünf lebens chips dabei das sind eine art premium chips wo dann drei lebenspunkte drauf sind warum man das jetzt hier separiert mit zu den lab rats gemacht hat entschließt sich mir noch nicht ich hab's mir noch nicht so sehr im detail angeschaut aber es ist erst mal mit dabei und zu guter letzt natürlich noch die entsprechenden mats im slank flemmen leuchtenden gelbe dann haben wir hier gabel und wir haben helix ihr seht jeder dieser labor ratten hat seine normalen werte wie jeder geolog auch hat einen begrenzten bereich für den active slot und hat einen kleineren becker plan und nur slots für vier fähigkeiten würde gehe ich jetzt mal davon aus dass wir die fähigkeiten würfe hineinkommen wollte ja nichts drauf steht es ist so wenn ihr mit den lab rats spielt zählen die wie als ein gearlog ihr startet am anfang mit zwei lab rats könnt ihr euch aussuchen mit weniger in den kampf ziehen wollt später wenn ihr dann auf innate plus one kommt könnt ihr euch zusätzliche labor ratten dazu und das heißt ihr werdet am ende bis auf die vier auch aufstocken können um dann auch wieder aus 16 würfeln schöpfen zu können und natürlich gibt es auch jede menge neue fähigkeiten würfel wir haben natürlich für die lab rats die entsprechend farbig angepassten würfel auch hier wie gesagt ich werde ein tutorial dazu machen damit wir uns alle fähigkeiten alle würfe wie diese ja kombinierte gearlok funktioniert dann auf alle fälle noch ansehen werden okay dann habt ihr einen kleinen einblick darüber bekommen was hier in dieser schachtel drin ist jetzt geht es natürlich an die große box an splice and dice kommen wir zum herzstück dieser lieferung dieser erweiterung splice and dice und tatsächlich es ist wahnsinnig viel was hier in diesen die box ist nicht sehr groß aber was hier spielerisch und von den komponenten enthalten sie ist schwer was wieder kaufen würfel und chips wahrscheinlich drin aber was hier noch viel wichtiger ist was drin ist hier gibt es möglichkeiten too many bones auf eine ganz andere weise zu spielen gucken wir uns gleich an wenn ich jetzt hier diese schachtel öffne und dann werde ich euch zu den komponenten was sagen wie sie ein bisschen zum einsatz kommen aber wie gesagt details wir haben wir dann auch in einem späteren playthrough oder vielleicht sogar zwei dann noch kennenlernen werden wir jetzt einfach mal die box öffnen und wir sehen auch hier schon diese labor raten die vor diesem großen tank stehen denn hier in too many bones place and dice geht es darum dass tyrannen erschaffen werden teilweise von uns selber wenn wir diesen modus spielen teilweise aber auch vom spiel selber auch da haben wir diversen einfluss drauf was das alles bedeutet werde ich euch dann auch noch mitteilen beginnend mit einer anleitung ich habe sie mir als pdf schon durch gelesen sehr gut geschrieben wie eigentlich immer die anleitung von scriptural games da gibt es kaum was zu beanstanden dann haben wir hier diverse matten holen hole ich mal raus wir haben nämlich hier das labor von nobulus hier werden die tyrannen erschaffen in diversen tanks werden dann baddies reingebracht und über diese baddies und diversen labor würfeln wird dann ein neuer tyrann erschaffen und diesen tyrann der wird hier auf dieser matte festgehalten und das coole ist dass wir gegen diesen erschaffenen tyrannen antreten können im labor werden dann hier diverse statuswürfel auf diese matte übertragen fähigkeiten gegen was dieser tyrann geht aber mehrere ziele geht aber zusätzliche baddies beschwört die für progress punkte braucht welche charakteristik er hat welche quasi schergen er mit zu bringen also wie ein ganz normaler tyrann aber ihr wisst nicht welches ergebnis hier dieser tyrann nach eurer entwicklung eigentlich wirklich am ende hat kommen wir nämlich zum ersten spielmodus und das ist eigentlich ein ganz normales to me und spiel nur dass ihr euch keine tyrannen selber aussucht sondern ihr nehmt diesen splice and dice tyrannen und der wird während des spiels entwickelt das heißt ihr habt ein bisschen einfluss darauf was gegebenenfalls für fähigkeiten hier dazu kommen das werden wir natürlich erst im playthrough dann machen können weil es dann sehr ins detail geht im labor wie das alles funktioniert aber ihr habt einen gewissen grad an möglichkeiten um die entwicklung zu beeinflussen am ende eurer partie wenn ihr dann gegen den tyrannen antreten können wenn es auch geschafft hat durch einen normalen encounter zu kommen dann werdet ihr gegen ihn antreten und es gibt diverse cheats zu tun werden wir bestimmt gleich finden da könnt ihr diesen tyrannen auch für immer festhalten ihr könnt ihn auch teilen mit irgendjemand anders und dann soll derjenige mal gegen diesen tyrannen spielen und das ist es natürlich richtig cool dann habt ihr immer mehr möglichkeiten einen neuen tyrannen zu kreieren aber wie gesagt es wird während des spiels entwickelt und ihr habt nur begrenzt einfluss darauf was dann hier mit diesem tyrannen passiert und der zweite modus weil ich gerade die matte hier habe ist das nobulus apprenticeship program und in diesem spielmodus erschafft ihr einen mächtigen tyrannen das klingt jetzt erstmal oder geht es ja wohl gegen die gearlocks ja indirekt schon denn er schafft ihr einen starken gegner gegebenenfalls auch später für eure gearlocks als erstes müsst ihr jetzt erstmal schaffen euer labor zu managen und wenn ihr dann diesen tyrannen erschafft habt und der sollte so mächtig wie möglich sein müsst ihr noch in eine prüfung in eine schlacht gegen einen anderen tyrannen ziehen und wenn euch das gelingt dann habt ihr das spiel in diesem modus gewonnen und habt einen sehr sehr mächtigen tyrannen erschaffen und diesen tyrannen könntet ihr wieder auf einem schied festhalten und gegen ihn antreten in einem ganz normalen to many bones spiel oder vielleicht auch in einem age of tyranny auch da könnt ihr die sache mit einfließen lassen also richtig cool viel spiel spaß die man hier mit dieser erweiterung erhält noch genug geschwärmt schauen wir mal was noch alles hier drin ist wir haben natürlich noch ein paar schieds öffnen wir auch gleich wir haben wieder einen fähigkeiten master reverence und jetzt haben wir noch eine extra spalte für spleis and dice dazu bekommen da wir gerade das upgrade kit gehabt haben die frage ob das entbehrlich ist und das jetzt hier die neueste version ist also jeder eins mehr muss ich mir dann auf alle fälle mal in ruhe angucken des weiteren haben wir natürlich führt das gerade erwähnte nobles apprenticeship broken den entsprechenden guide sieht jetzt erst was sehr kompliziert aus ist es aber gar nicht das spiel ist aus sehr sehr cool strukturiert geht ganz flüssig und macht immens viel spaß was ich vermute habe bisher nur die anleitung gelesen aber es hat auf alle fälle schon beim lesen spaß gemacht und hier gibt es diverse tyrannenwürfel die ihr natürlich auch für euren tyrannen dann benutzen könnt extra dafür führt das spiel nur konzipiert das dann ja dieser tyrann spezielle fähigkeiten hat schauen wir rein was noch drin ist dann haben wir hier das lasse ich einfach jetzt mal drin das ist ein blog mit den entsprechenden schieds wo ihr euren tyrannen dann wenn er euch gefällt einfach festhalten könnt mit den entsprechenden werten dann könnt ihr jedes mal dann gegen diesen tyrannen antreten natürlich solltet ihr einen klangvollen namen dafür auch entwickeln und dann könnt ihr die sachen natürlich auch auf diversen plattformen dann mit anderen spielern teilen und dann einfach mal sagen hey versuch doch mal gegen meinen tyrannen anzugreifen anzutreten das wird auf alle fälle spaßig weiter geht's ein beutelchen da kommen dann die laborwürfe hinein den hier gibt es verschiedene möglichkeiten natürlich wie der tyrann sich entwickelt mit ob das und fähigkeiten sind ob das lebenspunkte sind das angriff sind und daher dass immer nicht wisst wie er sich weiterentwickelt werden diese entsprechenden würfel hier hinein getan und dann gezogen und danach erst geworfen also eine doppelte zufallskomponente nur über dieses kleine säckchen dann haben wir natürlich die packs die wir dann in die matte von dem tyrannen ein locken können um dann festzuhalten was er so für fähigkeiten hat und natürlich würfel 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 eine ganze menge das sind die angesprochenen labor würfel die es dann hier gibt wir haben tyrannen würfel die wir dann einsetzen können andere statuseffekte auch das ist dabei und natürlich auch die werte von den tyrannen können richtig richtig hoch werden ich glaube bis zwölf also zwei werte kann man hier verwenden kann also wenn ein tyrann dann zwölf lebenspunkte hatte ich glaube das ist dann eine ganze menge bevor man ihn dann besiegen kann okay was haben wir noch drin ist eine matte hier haben wir karten drin die gucken wir uns gleich an schauen wir uns erst mal noch die chips natürlich wieder in einem coolen tray auch das ist immer sehr nice dass das hier mit dabei ist dass die chips nicht irgendwo rum fladern dass man sie halt schön da rein setzen kann gucken sie uns mal kurz an was mir hier so grob dabei haben als erstes was wir haben sind neue baddies wir haben einer chips wir haben fünfer chips wir haben zwanziger und wir haben sogar für freunde von undertow max und wir haben grellen heißt also diverse gegner die jetzt hier gegen uns antreten und erkennt die ganzen sachen auch an dieser grünen umrandung dass diese halt so splice and dice dazugehören so dass ihr auch die sachen dann immer wieder trennen könnt dann haben wir natürlich zwei tyrannen chips zwei deswegen einem um die die matte hinein zu locken den anderen ins labor um das ein bisschen festzuhalten dass das hier um diese selbst erstellten tyrannen geht die werte natürlich die stehen jetzt hier nicht drauf die könnt ihr wenn ihr wollt mit einem trockenen stift dann hier drauf machen dass das immer wieder wegwischen können müsst es aber auch nicht ihr habt ihr eure referenz steht daneben liegen so dass ihr die werte also direkt von eurem tyrannen dann auch ablesen könnt unser guter letzten das hatte ich ja ganz vergessen es gibt noch ganz normale tyrannen dazu also auch die die ihr gegeben falls in eure normales too many bones hineinbringen wollt haben wir einen zwei hier sind diverse sachen drin weil das so eine art roboter ist mit verschiedenen komponenten dann haben wir hier noch einen und noch zwei weitere also wir haben hier noch mal fünf tyrannen ob das jetzt hier einmal gemeinsam ist weiß ich nicht ich habe es jetzt mal so zugeordnet weil das alles so ein bisschen das gleiche ist mit diesem grünen hintergrund in verschiedenen varianten ich habe mir die tyrannen jetzt noch nicht angeschaut kann natürlich auch sein dass es sogar so ausschaut und dann sind es sogar sechs tyrannen bin mir jetzt aber dahingehend nicht ganz sicher also zusammengefasst neue baddies auch für andere die tyrannen und natürlich noch mal extra tyrannen für ein ganz normales too many bones spiel um noch mehr vielfalt haben also haben wir sogar eigentlich drei spiele hier drin in dem man halt die erweiterung hat mit neuen tyrannen wir haben dieses bild tyrant modell und wir haben natürlich noch dieses nobles apprenticeship program also richtig richtig viel inhalt okay als letztes was wir noch haben sind karten die gucken wir uns jetzt noch mal kurz an weil die haben etwas mit diesem nobles apprenticeship program zu tun dann werfen wir doch mal einen blick natürlich wieder in folie okay öffnen wir das gleich mal und dieses kartendeck hat etwas mit den ganzen tyrannen zu tun als erstes natürlich für den tyrannen den ihr selber erschafft deswegen auch hier build a tyrant und da habt ihr eine ganze menge von diesen tyrannen karten wir dann natürlich auch entsprechende anzahl in euer normales encounter deck hinein mich hängt davon ab ob ihr ein langes kürzeres oder mittellanges spiel haben wollt gibt es auch da in der anleitung eine tabelle wie viel von diesen karten ihr dann hinein mischen müsst um halt dann euer normales too many bones spiel zu bestreiten dann natürlich die ganz normale tyrannen karte hier ist es halt build a tyrant deswegen auch dieser schatten hier drauf weil wir ja nicht wissen gegen wen wir antreten und deswegen auch hier diese fragezeichen und dann natürlich gibt es auch noch jede menge tyrannen karten zu den neu gelieferten tyrannen jetzt können uns doch mal einen blick werfen was wir haben wir haben aber nein das ist glaube ich dieser roboter das war der roboter hier dieser exzeit also sie haben noch mal 12 dann haben wir ja blubalous ok leach 5 und locky also insgesamt fünf tyrannen sind es in summe jetzt haben wir hier noch noch ein paar referenz karten dazu zu den beiden tyrannen und auch epilog karten gibt es so dass ihr sie sogar in the age of time hinein bringen könnt um dann mit den entsprechenden neuen loot sachen würfeln dann weiter eure kampagne bestreiten sie können also sehr sehr cool gucken wir uns noch die zweite box an ok und in dieser box geht es um das nobelous apprenticeship program kurz platz damit ich die karten zeigen kann wir haben einmal die entsprechenden hilfsleute im labor könnt ihr euch quasi eine rolle wählen oder mehrere rollen werden je nachdem wie viel ihr spielt und jeder hat natürlich diverse fähigkeiten die er dann in seine arbeit einfließen lassen könnte auch hier auf der rückseite habt ihr auch nochmal schöner porträts name und die entsprechenden fähigkeiten also eine ganze menge die hier dabei ist aus denen erschöpfen könnt und des weiteren besteht dieses deck aus oder dieses diese karten dieser kartenstapel aus drei verschiedenen decks einmal hier mit dieser schriftrolle das sind aufgaben die zu erledigen sind dann haben wir hier herausforderungen mit diesem grünen baum und irgendwelche rückschläge in die wir auch noch zu erleiden haben dieses kartendeck wird für das nobelous apprenticeship program also für diese spielvariante benutzt und ihr werdet es am anfang zusammen mit und eure hauptaufgabe ist es ja einen tyrannen zu erstellen dafür benötigt ihr auf alle fälle auch hier dann das labor wo dann die entsprechenden beddies hineinkommen und ihr habt nur eine bestimmte anzahl an tagen zeit um den perfekten tyrannen zu kreieren müsst euch aber einen unwegsamkeiten und aufgaben die ein labor mit sich bringt natürlich stellen und diese aufgaben werden hier über diese karten simuliert jedem an jeden tag müsst ihr bis zu acht karten aufdecken bis wenn diese diese auslage dann voll ist mit acht karten und müsst diverse sachen auf den karten während ihr einen tyrannen erschafft erfüllen das problem ist dass manche aufgaben relativ leicht zu erledigen sind dabei aber vielleicht hier in eurer tyrannen forschung vielleicht eher einfluss hätten das heißt manchmal müsst ihr auf bestimmte karten hier einen beddy drauf platzieren der vielleicht beim tyrannen sehr sehr cool wäre aber ihr benötigt ihn für diese aufgabe um diese zu erfüllen man könnte das auch ignorieren problem ist dabei nur wenn ihr sachen ignoriert und sie nicht schafft die nobulus von euch erwartet dann habt ihr wieder rückschläge und dann müsst ihr wieder irgendwelche sachen zurücksetzen vielleicht auch ein tyrann wieder schwächer machen und solche sachen also viele viele sachen die ihr hier in diesem labor über dieses kartendeck managen könnt natürlich könnt ihr euch auch belohnungen verdienen wenn ihr also irgendwas was nobulus von euch haben will schnell schafft dann kriegt ihr eine belohnung können vielleicht auch ein tyrann besser entwickeln ein sehr sehr cooles feature das werde ich euch auf alle fälle demonstrieren wenn ich mich da mit den regeln hundertprozentig auseinandergesetzt habe dass wir das mal spielen und am ende müssen wir natürlich wie gesagt unseren tyrannen den wir dann hier in der mitte erschaffen haben dann gegen einen proto tyrannen antreten lassen und übrigens dieser prototyp tyrant ist dieser nette geselle er hat ein paar fähigkeiten also ein paar werte die sind jetzt nicht so hoch aber er hatte randomize und randomize bedeutet er bekommt einen zufälligen tyrannen würfel dh auch hier können wir uns nicht unbedingt so sicher sein gegen was für eine art tyrannen greifen wir denn an das heißt unser tyrann sollte halt wenn möglich alles können liebe freunde damit bin ich durch mit dem unboxing und den erläuterungen zu splice and dice ich bin jetzt total aufgeregt werde mir die regeln noch schnell durcharbeiten damit ich sie euch dann demnächst präsentieren kann auf alle fälle die georlogs dart und die red labs das soll hoffentlich relativ kurzfristig jetzt kommen dass ihr euch da gleich hinein stürzen könnt und euch dann dieses tutorial anguckt zu splice and dice selber werde ich natürlich auch noch etwas machen wir haben ja da zwei spiel varianten einmal dieses too many bones build a tyrant wo wir halt während wir too many bones spielen einen tyrannen kreieren oder wir spielen halt dieses nobulus apprenticeship program was ein komplett neues too many bones erlebnis ist beide neuen varianten sind herausfordernd und wahrscheinlich sehr sehr spannend zu spielen hier werde ich meine patrons befragen was sie denn da lieber als erstes sehen wollen keine angst ich werde beide sachen auf alle fälle vorstellen aber natürlich muss ich mit einer sache anfangen und da werde ich den patrons einfach die wahl geben was sie da zuerst sehen wollen ich freue mich jedenfalls drauf und ich hoffe natürlich euch hat das video gefallen wenn ja hinterlasst mir doch einfach einen daumen nach oben empfehlt mich weiter abonniert den kanal hilft natürlich immer und dann wünsche ich euch alles gute habt spaß am spiel bis zum nächsten mal euer genuhr